Wir sind gerade beim Recording für den Song OK. Der Song ist für uns so eine kleine Herausforderung, weil jeder alte Instrumente aus seiner Jugend mit reinpackt. Kondart hat seine Trompete drin, ich habe die Fidel am Start, Lorenz hat Posaunt und Friedrich spielt da noch eine Banjo ein. So entsteht der Song OK. Nehmen wir jetzt auf, oder? Ja. Gut.